hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen let's play von mir und zwar diesmal wieder aus der challenge zusammen mit dem gegner den ls profi aka justin hallo ein ganz kaltes hallo ich glaube ja bis immer in der folge stehen geblieben in der folge stehen geblieben boom von köchel wieder mal gut an musikler wieder so wie es einmal beim kalkholen stehen geblieben und der kollege wollte uns ein mähwerk ausleihen wenn er fertig ist und das lu ist nur immer nicht da geil jetzt hat es mich hingelegt man die hostie aber jetzt funktioniert schon wieder alles alles bestens alles hängt die so eng zusammen ich konnte ja da wo du hin packst überall haust du dir der kopf an was ist wenn du fünf zentimeter unten weit an box ist auch noch eng das war das war's mit der werbung im video spaß mit der wurde der rassi monetarisieren genau das war's damit monetarisieren aber das geht nicht wir brauchen ja keine werbung werbung ist was für chrissis nicht für ls-profis wer geht ja nicht nach geld wie er sehr leise warum du musst du deinen freunden neuen schmuck kaufen ich kaufte ja gar nichts an dem wir wissen mit der zusammengekommen gar nichts ich rede gar nichts jetzt und dann wird es mir was von zicke erzählen wobei du die größte zicke bist alter komm du bist die zicke außerdem soll privat bleiben du hast erfasst er soll privat bleiben leute das müsst ihr auch verstehen oder es soll so lange privat bleiben bis es irgendwann aufgelöst wird so hat dein kollege die jetzt eigentlich zurückgeschrieben oder was na sind die schon wieder am dünner essen bei meinem jetzt oben in der süd gar nichts tut er so jetzt wollte man düngen haben wir gesagt düngen 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 mit was das zeugt heute fett ich bin gleich fertig mit mehen ja ja machen sie das machen sie das ja mach ich auch weil ich brauche halt dann das mehr werk sicher hast du auch ein ordentlich schlepper den er folgen kannst du lassen oder eine billow scheiße ich glaube so dollar so ich bin fertig was soll ich mir abstellen bei dir auf mein hof bitte schreiben sie dann auf wie lange sie gebraucht haben ja ich brauche jetzt nur für zwei felder jetzt muss ich nur schauen wie du zu dem feld kommen dann passt das ich bin es nicht mehr gewohnt solange auf den schluss ist jetzt mein arsch ist schon wieder wund ach ja too much information for me aber du mit wenn du runterkommst wirst du immer enger ja ja ach halt die klappe na ja 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 hab schon verschwunden erzähle ich alles nein also erzähle ich kein mal in die kommentare der wird schon wieder seine fünf minuten ich werde halt die schnauze jetzt einmal um die kurve jetzt hier warum steht top das rächt mir bei der wiese steht es braucht kolker bei stimm kanco conny glauben mann du bist ein du bist so ein 31 warum ich weil du mir das nicht früher so so meine mehrwerke stehen jetzt auf seinem hof mach sie bloß nicht kaputt sie sind frisch und neu fahr weg mit einer schrottkarte mit einem 5 euro tag oder ich bin auf die seite gelegt junge ich bin der profi ohne e der wirkliche profi der fangenpunkt gegensatz zu dir ja ich hab's gesehen ich hab's gesehen wie du fahren kannst so jetzt will ich kurz mal gucken ob das auch ein schwader hat wow ich muss den baum deinstallieren da auf meinem hof den baum deinstallieren wie kann man denn den baum deinstallieren indem er ihn wegschneidet wow das sind mein parkkreis deinstallieren oder was man jetzt habe ich mich festgefahren wegen dir du bist so ein anderer ist egal ich schwör die fahren wochenende immer in den wald und deinstallieren paar bäume ja ja man jetzt hat mir mal in den wald und wenn du er in der wald und du bist so ein anderer ist so geil oh nee oh du bist so geil oh nee nee oh nee oh nee oh nee nee Ich installiere ein paar Bäume. Chrissy, viele Bäume hast du eigentlich schon deinstalliert heute? Heute noch gar keine. Noch nicht? Schäm dich. Ich kann mal kein Baum deinstallieren. Oh Mann ey, das muss geklippt werden, das muss ich jetzt mal einem Kollegen sagen, der muss das erst mal klippen. Ah ja. Das mache ich jetzt, wenn ich irgendwo ein Forstprojekt mache, sage ich das jedes Mal nicht mehr. Ich fälle den Baum, sondern ich stehe in den Salinenbaum. Sorry, Leute. Oh Mann ey. Macht ihr nur Lustig, hast recht. Ich stehe in den Salinenbaum. Mann, dieser Drecksbammer ist ein Himmelweg. Den installiere ich doch einfach. Wenn es so einfach wäre. Den installiere ich doch einfach. Alles gut. Alles gut. Wenn die Ernte mal hier vorankommt, Alter. Ich kann die Minara abbezahlen, ich will jetzt den Sojabohnen noch haben. Wo ist denn der überhaupt? Da darf ich nichts arbeiten. Ich nicht. Vor Fortbildung anscheinend, kürzlich. Ja, wo immer. Hast du eigentlich den Baum deinstalliert? Ja, hab ich jetzt geben Sie Ruhe. Wann wird der nächste Baum deinstalliert? Wann ich den deinstalliert habe. Wow, einfach wow. So ist er zu mir, wie immer. Hey Chrissy. Ja? Kann es sein, dass Ihre CPU ein bisschen warm ist? Meine Wasserkühlung von der CPU hat aktuell 25 Grad. 26 Grad so. Wow, jetzt flext er mit seiner Wasserkühlung, Junge. Bei mir läuft kein Wasser in der Wasserkühlung. Bei mir läuft Bier in der Bierkühlung, Alter. Alte Klappe. Na, 30 Grad hat die Flüssigkeit von der Wasserkühlung totmalat. Ich habe ein paar Grad so. Wow, Junge, 30 Grad. Ich dachte, ich sollte kühlen und nicht wärmen, Alter. Die soll die CPU kühlen, Alter, nicht deine. Junge. Digga, bei mir kühlt er sich. Bei mir macht er mich nur geiler. Ja, das ist für die Bierkühlung. Alkohol ist nicht gut, oder, Herr Chrissy? Ob und zu einmal hier. Leute, anstatt Alkohol zu trinken, deinstalliert ihr lieber noch ein paar Bäume. Ich glaube, das wird dein Leitspruch, oder? Die Installation, ne? Ich schreibe gleich mal meinen Sticker her an. Den soll mal einen Sticker davon machen. Weil der hat schon ein ganzes Album von mir, voll mit Stickern. Von mir. Oh yeah, 100er Mess gehabt. Und jetzt wieder 40. Schmeckt, würde ich sagen. Schmeckt immer. Oh. Was? Singt einer auch bei dir im Radio? Nein. Nicht? Schade. Bei mir schreit einer im Radio. Mann, meine bestimmte Person hat keine Zeit, vorbeizukommen. Was? Hat Zeit? Hat keine Zeit. Eieieie. Mann. Dann musst du planen für nächste Woche, für die nächste Aufnahmesession. Mein Junge. Mann. Ich hoffe, nächste Woche hat es Zeit, weil sonst wäre ich krankig. Und du wirst kein krankigen Chrissy Gaming sagen? Kein kranken? Aggressiven, habe ich gesagt. Ach so, ich dachte schon krank, weil ich krank, wobei, krank küsse sowieso schon. Was? Hei, die Klappe, Alter. Wuh, wuh. Nee, ich will nicht zu viel sein. So Chrissy Gaming, der hat eine harte Zeit vor sich. Und hat sie auch immer noch vor sich. Oder immer noch hinter sich. Vor allem mit seiner Freundin, weil sie ständig kostet. Alter, was ist denn jetzt los? 2000 MS gehabt. Hm, ich sage nur, das ist der Internet. Ja, ja. Bin ich vergesse, Alter. Hast du noch einen Schwad da? Nee. Sonst hätte ich ja so lange angefangen mit Schwaden. Ich muss aufs L.U. warten. Oder ich muss mir einen kaufen, aber nee. Das ist teuer. Ich wollte mir den vom Fäller kaufen, mit 14 Metern, aber nee. Ich zucke jetzt nicht. Er hat er jetzt erstmal. Was kostet der? 77.000, glaube ich. Hui. So viel hat der Herr Kollege nicht auf dem Konto. Schon, aber das kostet mir zu viel. Was? Ich bin nicht unter 100.000, das will ich nicht. Der Hund hat gleich 160.000, ich glaube. Ist ja ein geringer Verdiener. Und du hast 200.000, halt die Scheiße. 300.000. Ja. Leck mich am Arsch, Alter. Gleich habe ich auch 4 Millionen, nachdem ich die ganze Soja-Bohnen verkauft habe. Lol. Jetzt sag nicht, damit ich da nicht durchkomme. Du willst mich doch rollen, oder? Nee, ich wollte dich jetzt nicht rollen. Wird auch schwierig, dich zu rollen bei dem Gewicht. Ach, heult doch die... Die CBU-Fest. Du, Herr Kollege, steigen Sie einmal bitte in meinen John-Diaz 79-30 ein. Ich habe mich fachbegriffst sogar schon. Ey, du hast nicht mal mehr weg, kaputt gemacht, du, Humo. Ich komme da nicht durch. Ey, willst du mich verarschen, Alter? Ich kann mir auch durchwürdig das... Hä? Kannst du mich rollen? Kannst du mich rollen? Nein, ich kann nichts dafür. Lol. Weg da, ich reiße die Betonmauer ab, Alter. Wo habe ich nicht meinen John-Diaz 79-30 hin? Du, Leute. Lol, es ist 30 cm Platz am Eis. Wer kommt die durch? Lol. Scheiße hier, wer hat denn das noch gefunden? Ich kam wieder runter, wo ich das Ding gekauft habe. Warte, Gott. Mach dir das. Lass den Profi mal arbeiten. Hm, aber bitte nicht mein Vorzäck kaputt machen, weil sonst sind wir jetzt teuer für die. Ist schon kaputt. Was ist eigentlich für eine Innenausstattung hier, Junge? Hat's dafür wieder nicht gereicht? Der war wieder zu geizig. Ach, weil die ge... Wo fährst du hin? Geh du... Boah. Hau einmal. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Warte, Gott. Bleib aber stehen. Bleib stehen! Boah, du bist so ein Geringverdiener-Gewicht. Was bist du denn, Alter? Steig aus! Warum? So. Ich will dir nur helfen. Ey! Der empführt mich! Jetzt steig du noch. Warum ich will doch die gerade das Ding hier rauf hinfahren. Boah, mein Arme ist Mähwerk, Alter. Ganz ehrlich, Junge. Geht's mal an dir einmal. Geht's kaputt. Tu mich mal kurz da auf die Straße stellen. Danke. Ich will da rückwärts durchfahren. Ähm. Ach so, jetzt weiß ich, was du vor hast. Komm, heb mich rüber. So dick bin ich auch nicht. Warte kurz. Stell mich einfach gerade hin. Lol. Geht's mich da nicht rollen, oder was? Ego, hast du beiget. Alter, jetzt häng ich hier in der Birke. Alter, weißt du nicht, wie's geht? Oh, ich soll klauen. Aber, wie's weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, Bote. Ciao. Schrasse aus. Sag ciao. So, jetzt mal ein Bild machen von der Grütze. Ciao ciao. Ciao, yo, weißt du.